Musik 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 Äh Ja Drück einmal Alles klar Wirf wieder die Ringe und so Und dann komm ich Gleich von meiner Theorie Dass ich am Schluss des Parts Level 15 hab Ok also Leute, kann irgendwer Irgendwas mit diesen Dingern anfangen? Mit diesen Steinen Ja wer nutzt das Ja ne ich weiß nicht Ich könnte jetzt natürlich noch Wie siehst du da drin aus? Ist da drin irgendwas besonderes? Es ist Achso Jetzt kommt ein Endboss oder er hat einen Boss der Items drops Ja ne ich würd den einfach nur gern sehen Aber gut Aber die Items Ja eben darum ging es mir eigentlich auch primär So'n Scheiß Ja ich auch, ich hab den noch nie Aber wenn ich jetzt noch schnell irgendeinen anderen Charakter mach und dann mit Level 1 hier reingehen Ich glaub das kann man auch vergessen Und jetzt sind wir so weit gekommen Ja ne Hab ich, danke So, will jemand von euch eine Scroll of Researchen, dass ihr keine XP verliert wenn ihr sterbt? Die heißt doch Scroll of Blessing oder? Und jetzt sehr nett Ja ihr kriegt beide eine He Ne Ne, äh Squirrel of Blessing ist halt so, dass du keine XP verlierst und in der Stadt respawnst Okay, dann hab ich also die schlechtere Version Ja ne ja aber Ne Ne Okay, dann würd ich sagen Versuchen wir mal hier rauszukommen Ohne dass ihr noch zu oft sterbt Okay Macht ihr grad auch folgen oder so? Ich denke das ist am besten Achso oder? Bling Ring, ja das ist natürlich auch perfekt Bling Ring Mir geht's hier echt nicht darum, dass ich diese Dinger drop oder was weiß ich Aber ich hätt's einfach nur gern gesehen, aber Naja, was soll ich's, was soll's Ja Ne Tja Das sind ein paar Viecher, ne Ich würde mir das ja verkündigen Ja, irgendwie hab ich das Gefühl oder auch Ja Seite beide, ja Ja, so überall rote Schriften an den Ränden und D&B Wie meinst du? Ich hab mal ne Frage, kannst du mir vielleicht ein TF-Pad auf meinen anderen Chart auf Wobei, warte mal, ich hab grad, ich hab grad glaub ich bei Pad hab ich null Plätze frei Was soll eine Frage sein? Nein Ja, okay, musst du mir gleich mal sagen, also ich versuch hier erstmal rauszukommen Oder du bist immer noch beim Anfang da, ne? Ja Ja Ich? Okay Ich flieg grad wieder hin Ich war kurz für die Verstattung und hab meine Rüstung wieder an meinen anderen Chart geschickt Ja, ne, bei mir das, das, äh Und wenn, wenn Flip 4 GB voll hat, dann lädt der das immer neu und dann spackt hat Flip total ab Normal ist das auch nicht so, dass es, dann hängt es kurz oder so, aber jetzt spackt wird komplett abgespielt Ich hab mich verlaufen, Leute Ich hab mich verlaufen, Leute Bitte, bitte Ja, ich sag ja bitte Egal Egal Warte, 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 ne, 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 das finden wir Das finden wir Deswegen Link Wing Wie bitte? Ja Wurdet ihr euch hier drauf? Mh, primär das Ziel ist es nicht eigentlich, aber ich glaub ich sind auf dem Weg Ja Wurdet ihr euch hier drauf? Komm schon, so schwer kann's nicht sein Ne Ne Ne, ne, sagen wir nicht deswegen, wir kommen raus Keine Angst, keine Angst Ich bin jetzt umsonst wieder zu dem Dach Ja, ne Wir sind jetzt den Weg zum Huhn normalerweise Ok, wir sind da Ich glaub wir sind, wir sind richtig, ey Ne, ne, wir sind perfekt richtig, diesen Typ hier, den kennen wir doch alle Ja schon Das ist doch der, wenn man hier zu niedrig reinkommt, der einen als erstes tötet Der Spacken da Ja, genau Ich weiß noch, als ich jemals Huhn töten musste, hab ich mich da immer rumgeschlichen um den Genau Echt? Ja Ich darf das praktisch, wenn du Akrobat bist, da kannst du dir ja... Okay, das ist nice Ja, wie heißt das? Dark Illusion Äh, Dark Illusion Also, Pat, wie gesagt, könnte ich dir eigentlich gerne machen, aber ich hab grad null Platz Ja, ihr kriegt jetzt alle Also, ihr kriegt jetzt alle Oder warte mal, sag mal einer kurz Was für ein Ding brauch ich denn nicht? Ach, vor allem, kann das jemand von euch anders machen? Ja, ich hab... Ja Also, die Beats machen ja Effekte, du hast ja... Zusätzlicher Magieschaden, plus 20, ich hab doch gar keinen Ja, ähm, und da kannst du halt diese Beats aktivieren Braucht denn irgendwer? Ja Ja, du bist... Ja, deswegen, so... Das brauchst du ja einfach mal Und die sind auch... Ich könnte es gebrochen, aber... Momentan... Ja, okay Dann hab ich da immer... Immer in einen frei Ich hab immer noch die... Für dich Jo, dankeschön Ja 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 Ja, genau, ja So ne Frage, weißt du ja noch, das ist... Wo? Wie bitte? Ein Witzerebenen da... Da... Sich die Grabdinger da zu kaufen und da was raus zu suchen Ja, da... So, also... Es leuchtet so, so... Ein kleines, eingelzeites Feld steht so ein Typ, da kannst du Batterien und... Achso, Collector Feld. Genau. Mit ganz viel Geduld. Also damals haben wir es öfters mal gemacht, ein paar Kumpels von mir und ich auch, haben es öfters gemacht, die ganze Nacht angelassen und dann kriegst du immer solche Teile, also Kartenteile, Lightning Card, 10% Pieces oder 7% Pieces kannst du da kriegen, mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Und die waren damals dann auch immer so 165 Mio wert. Und wenn du davon 10 Stück gesaugt hast, dann hast du ne 7% Lightning Card. Was?! 7% Lightning Card ist ungefähr 1,8 Millian. Immer noch, ja, so viel. Also war es immer. Ja, war so, wollte ich gerade sagen. So, ja, die Viecher, die wir töten müssen, sind hier. Es gab ne Zeitlang, da waren Origi Kalkum 80 Millionen wie. 80, ne, ich kenne noch aus 2 Millionen, damals vier, alt, ganz alten Zeiten. Das war ne Zeitlang auf, äh, Buruding, ich glaub, war auf Buruding. Da hab ich damals innerhalb von 3 Tagen 4,8 Jahre gemacht. Nicht die Käpt'nster. Genau, die muss ich jetzt. Und, äh, bitte nur die Normal. Okay. Fünf Stück, ne? Okay. Den Giganten lassen wir mal weg, ne? Ne, nur normal. Musst du ja nur für die Quests töten. Ja. Ja. Ja, oh, der ist ja wirklich ganz schön gigantisch. Ne, der ist doch voll süß. Sofort. Ich bin grad hier. Warte, es sind ja schon fünf. Egal, versuch's mal. Dann schick, lädst du mich noch mal ein? Ach so. Hat der, hat jetzt hier einer mal kurz Baffen? Ja, den hab ich natürlich nicht. Ja, ich... Weil, ganz nett wäre der Int-Buff. Ja, den habe ich. Ich hab den auf Level 10, wenn's dir was passiert. Ja, ja, gut. Ist auf jeden Fall besser als nicht. Welcher denn? Und jetzt nicht lachen, ja? Nicht lachen, ist mein Schaden. Welcher denn? Mantle Sing, oder welcher? Ja, genau, den Int-Buff halt. Ja, den hab ich auf meinem EM natürlich auf Max. Ja. Und der erhöht ja beim Mantle Sing. Ja, ich siehs doch immerhin. Schau mal was. Lass die anderen übrig, okay? Mach grad nur die normalen. So, der erste ist tot. So. Hm. So, einen haben wir schon mal. Oh, ich weiß noch, was das für ein Krampf war, wo ich keinen Tank hatte. Weil die machen echt übeln Schaden eigentlich. Naja, also meinem EM haben sie 2 Damage gemacht und ich hab schlechtes Equipment. Ja, dein... Deine EM ist ja auch 67 und die sind 33. Ja, aber ich hab Wagi Equipment. Na gut, okay. Ja, aber du hast ja allein schon vom Level her mehr Death. Ja. Und Leben und... Ja. Und das haben wir auch noch die Zero Plug Earrings. Plus 3. So, der nächste auch tot. So, 4 sind's auf jeden Fall, hast du schon mal mitgezogen. Einer ist da glaube ich noch drin, oder? Ja, ich hab jetzt nicht da. Ja. So. Noch einer, müsste ein drin sein. Einer... Einen hab ich noch im Visier gerade. Okay, warte. Und... Einer fehlt noch, den holen wir da auch noch. Warte, bist doch... Ne, du musst wollen, Captain. Einer fehlt noch. Ist ja bei 28, du hast doch die ganzen Elementareingriffe, die du lernen konntest. Ja, pfff. Aber ich hab echt keine Lust da noch durchzulesen, was für Elementarpunkte, weil... Ja, ist klar, es gibt, äh, halt jetzt bei Feuer müsste ich Wasser Elementar nehmen und das jedes Mal zu skillen und da hab ich einfach... Ey, ich will einmal kurz, ich will einmal kurz den Giganten angreifen, okay? So, das läuft ja schon. Bin mal gespannt. Äh, wahrscheinlich renne ich gleich trotzdem. Ja, was... Ja, Moment. Boah, leck das! Ja... Wie, wo war's Pet? Warte, ich greife ihn an. Ich mach grad mal 1400, glaube ich. Siehste, hier kann ich jetzt sogar noch ein bisschen mit Schaden machen. Und ich mach... Ich seh's gar nicht. Das mach ich gar nicht. Das mach ich gar nicht. Jetzt mach ich schöne 2,5. Ich mach, glaube ich, 900. 700 bis 900 mach ich. Ne, die neue... Gute Frage, keine Ahnung. Was mach ich denn jetzt hier? Mach ich die 900 da immer konstant? Wie, was war's jetzt? Das kommt bestimmt von mir, das weiß ich. Ja, ich mach die 900, eindeutig. Ja, ich... Sind immer im Takt. Dafür greif ich halt deutlich schneller als man. Hatte der nicht grad noch ein bisschen weniger Leben? Ja, das hat halt immer seine... Aber ich hab... ...hier noch schwer. Ja. Einzig das halt. Ja, die Futen. Ja, die Futen. Das ja, das ist ja. Die Futen, der mir 22 FTR gibt. Und die, äh... Giants Futen. Also die kriegen ein Leben dazu. Naja, egal. Passt. Und in dieser Phase machen sie dann nochmal mehr Schaden und greifen schneller an. Ja, und... Also ich hatte mal einen gehabt, der hat die, äh... diese Food-Phase überkrittet. Also er hat so einen hohen Crit gemacht, dass er dann gestorben ist sofort. Der Giant. Ja, dann gehen wir mal. Dann können wir eigentlich alles über den Morning jetzt. Du wolltest noch das Pad haben, ne? So, und dann? Tower? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Hier, guck mal, du kriegst das. Ach verdammt, man kann keine toten Drachen verschenken. Ja, das wär schön. Ja, warum kann man das nicht verschenken, Mensch? Unglaublich. Ja, ne, den kann ich wegwerfen eigentlich, ne? Durch das Todesverwesen, das wird dich auch behalten. Ja, ich hab keinen Pett. Das ist ein gutes Argument. Also, weil ich glaub, Tower ist nicht so schlau, weil keiner von uns ist AOE. Ohne Witz, da hätt jetzt eigentlich keiner dran gedacht. Ja, gut, wohin gehen wir dann? Dann gehen wir zu irgendwelchen, wo ich dann halt drei hole und dann haut jeder aus seinen eigenen drauf, ne? Ja, Tower. Das, also als FS im Monster zu schütten, ist natürlich auch sehr schön. Ja, der FS ist zum Waffen. Was, was, wo, wo wollen wir denn dann hin? Also ich mein, Tower hat dann ja echt, Tower ist ja eigentlich nur für AOE eigentlich gut. Weil da einfach so viele sind. Dann können wir eigentlich auch, warte mal, wo sind, äh, muss man eben gucken. Ich halte halt auch nicht Ewigkeiten gegen, was weiß ich, für Level-Piecher aus. Also ich würd dann sagen, wir gehen einfach, wir könnten einfach mal nach Darkon oder so gehen. Darkon 1. Ich hab welche, ich hab genug dabei. Sollen wir einfach zu den Elder Guard gehen oder zu, zu den Voids oder? Wobei, da können wir eigentlich auch zu höheren noch. Ja, ich hab noch... 61, ja. Ja, das würde doch passen. Ja, da können wir auch noch zu erheblich höheren gehen. Äh, die Voids, die Voids sind doch... 61. 61, ja. Ja, ne, aber ich mein, da hat er eigentlich recht. Weil Tower, das ist halt immer so viele Aggressive eigentlich immer. Und da sind einfach, da sind einfach so sauviele Mobs. Da ist es halt eigentlich, dass du ganz viele, ähm, pullst und dann alle auf einmal tötest. Das hat schon seinen Sinn. Da können wir auch normal irgendwo hingehen. Ja, hat noch irgendjemand einen zweiten Aqua ein AOE hat? Mh, nein. Leider nicht. Also auf Murano ja, ganz viele, aber hier nicht. Ja, sollen wir dann grad zu... Oder warte mal, ich hab... Ich hätte hier sogar noch... Ja, ne. Also mich hat dieser eine, der mich gefragt hat, ähm, wer ich denn bin, Ja, der ist Level 71 und Ring... Ja, okay, Ringmaster, das bringt uns auch null, ne. Ja, okay, aber... Könnt ihr uns buffen, machen wir mehr Schaden. Mal gucken, vielleicht hab ich wen. Ich hab keine Ahnung. Ne, also ich weiß nicht, sollen wir nicht einfach irgendwo... Warte mal, da hatte ich doch gerade welche... Welche vier gibt's dann irgendwelche Viecher, die so Level 75 irgendwie sind? Na, was mit Carrier-Bomb hier gleich vor Darkon? Ja, wo siehst du die? Äh, welches Level sind die... Monster-Info, Darkon, Region... Ach da, wo du grad rumläufst, ne? Äh, ja, 30, das stimmt. Das sind gleich hier Carrier-Bomb, das sind gleich die bei Darkon-City. Naja, dann können wir die nehmen, oder? Das sind keine Fernkämpfer? 73, genau. Ja, 74 müsste eigentlich auch noch passen. Äh, die normalen Viecher sind glaube ich Fernkämpfer, die Captains nicht. Jo. Jo. Jo, Moment, ich gebe euch alle. Ah, einen Moment. Ganz praktisch. Ich muss nur eben, ich hab die in meinem B-fach. Ähm. also da kommt Blink-Wing. Wer braucht Blink-Wings? Und jetzt? Ihr braucht keine Blink-Wings. Sie brauchen noch irgendeiner überhaupt? Also ich bin schon da. Äh, das hat ich doch. Ja, die sind jetzt gerade nicht da, der braucht da aber. Ey, ich bin einmal 3000 geflogen. Habt das gesehen? Ey, ich bin einmal 3000 geflogen. Habt das gesehen? Ja. steht so 15 euro fluggerät mit 10 million kreiber schade das ist zwar aber das war aber ja man kann 3000 fliegen du musst es gibt weil das kannst du machen es gibt so eine besondere attacke die kann nur ein magier machen da haut er irgendwie keine ahnung das ist auf jeden fall so eine wirbelsturm attacke oder so und dann muss einer also da musst du duell machen mit dem magier dann muss dann muss der das machen also muss man ziemlich gut heim dann musst du die attacke machen das dauert einen moment und dann musst du in der zeit genau aus bord gehen wenn wenn es losgeschickt wird und dann haut dich das weg und dann kriegst du kurzzeitig 3000 das geht auch noch anders man kann irgendwie irgendwie das sind ja diese mod bs immer rumfliegen in der luft in sm wenn man was macht irgendwie anvisieren dass dann oben die grüne leiste sich füllen wenn man die los lässt kriegt man 3000 kmh oder 8000 okay ja also wenn man magier ist für den mod bs die im fliegen muss dann anvisieren echt es geht dann ladet sich die grüne leiste auf und wenn du los ist fliegst du auch so also ich kriege heute immer die fehlermeldung handeln benötigt zeit bitte versuche es später wieder aber nicht immer was ist denn das für eine fehlermeldung ach so ja das stimmt glaube ich stimmt aber dann soll doch mal annehmen weil gerade eben hat er sich bewegt oder er hat auf folgen gedrückt ist natürlich sehr praktisch das glaube ich ein spämmfilter zum meint ihr nicht diese jahre bums hier sind nicht ihr macht nur wenig schaden aber nicht dass wir dann wieder nur 100 schaden oder so ich mache aber ich meine wir haben wir können ja mal eben einmal einmal würde ich sagen versuchen oder wir können ja auch er soll einfach mal zu den bolz gehen gehen wir mal zum bolz okay das ist jetzt in deinem level noch nicht so sehr empfehlenswert würde ich meinen ich war gerade so dumm und habe carrier bomb angegriffen also sollen wir dann einfach mal zu den bolz gehen weil die ist ja von mir aus gern ja nicht einfach wo die sind jetzt mit der gelegenheit kaufe ich mir noch ein paar blink links stopp stopp sitz bleib sitz das war damals voll die umstellung dass man jetzt immer erst alles an sich unten in die leiste ziehen muss und dann erst kaufen kann früher war alles besser ja aber du brauchst es nicht ziehen du kannst einfach doppelklick auf den gegenstand machen ja aber früher konnte man einfach direkt kaufen ja stimmt schon die google warst du dafür kannst du jetzt dafür kannst du jetzt recht viele gegenstände mit einmal kaufen ja ja und früher warst du auch jetzt nicht gebaut ich ja ich hab mich aber verflogen also insofern oder so da musstest du jedes mal da war max deck ja 99 seit die schluss ja ich weiß noch damals als wir zum muschprang nach dark and 3 geflogen sind bist du ungefähr eine viertel Stunde zu spät ich versuch's ne ich bin einmal falsch abgebogen ich bin nicht abgebogen daran lag der fehler ja wie ne du du bist richtig guck mal hier levelt sogar jemand bei Carrierbomb das geht ja nicht ja und bei den Carrierbomb und bei den anderen bei dem ach siehst du sogar mit Gesicht äh Fischerboy FDR wie heißt Gesicht mit Gesicht ja hm keine ahnung wer Gesicht ist aber so heißt sein ehem warte 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 das ist so um Stalaktiten oder Stalaknieten richtig was ja da oben da der Höhle die Ding runterkommt wenn die runterhängen dann sind es Stalaktiten und wenn sie stehen dann sind sie ja das ist auch der beste Merkspruch meine Schwester hat mich irgendwann gefragt da verfängt sie in die Taten ich hoffe deine Schwester ich hoffe deine Schwester ist schon alt also älter tja ja 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 aber nicht dass sie 5 ist oder so dass sie ja 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 wisst ihr was ich jetzt mach Leute damit's nicht zu langweilig für mich würde ich level mal ein bisschen mein Löwen zu dass sie dann gleich schon mal aussuchen kannst du mich äh mal baffen oder so ahja stimmt das ist ne gute Idee das hätte ich jetzt auch vergessen das sind gleich da hast du eventuell noch die Party Lieder Pssst Pssst nicht so wie deutlich als der eine Typ der du gedacht hast keine Kräger Ja, ich hatte ihn vorhin auch. Du, hm. Da will was haben? Lied. Party Lied. So, will noch irgendeiner gebufft werden? Assisten Sie immer Lieder her damit. Ja. Guck, guck auf der Karte. Ja, aber ich stehe bei allen anderen auch. Die legen hier schon kräftig los, du. Ja, aber du bist ja nicht mehr eingezeichnet wegen der Party. Ich glaube, hä, warum bitte? Die kriegen wir wieder rein, Leute. Die kriegen wir alle wieder rein. Hä, warum, warum? Versteht das gerade einer? Inzwischen sind es über 50%. Ja, wir sind tot, weil... Ich will dich einfach mal anklicken können, das wäre auch schon was. Hallo. Ich bin dann weggeflogen und dann hat sie mich angegriffen und dann hat sie ihn angegriffen. Ich sehe erst nicht der A. Stimmt eigentlich. Einfach an die Füße. Ich hab den Schatten gekriegt. Okay, ja, warum sind die denn weggeflogen? Kritischer Schadenschlag-Ding, ne? Ja, wenn die, äh... Das ist... Das kann man aber nicht umgehen, oder was? Das heißt, wenn die wegfliegen, dann habt ihr verkackt. Das ist natürlich nicht geil. Ja, ich glaub, das... Ja, das kann passieren. Ja, das ist ja Sammel-Pad. Deswegen hole ich bei solchen Sachen nie mein Pad raus. Nicht, ach so, nicht genug MP. Dann sollte auch mal lesen. Nein. Richtigeres Pad. Oh, ich hab'n Nose-Ring. Wer sammelte nochmal Ding? Quest-Items. Ich hab' auch trotzdem nicht gepackt. Ding. Irr. Oh Mann, ey, voll... Voll der, voll der Haufen, hier sind sie hier. Jetzt ernsthaft? Ja, das ist ein Take, bitte. Jo, oh Gott, jetzt fängt's bei mir wieder. Ja, ja, klar kann ich machen. Ich hatte nur keine MP mehr. Kannst du dann aber vielleicht auch Hafte geben. Also, das müsste doch jetzt eigentlich echt mal gescheit sein, oder? Oh Mann. Bin mal gespannt, wie viel Prozent ich jetzt von so einem Bolt kriege. Ja, hoffe ich. Also, ich hab' ja auch vorhin, äh, unserem FF... Eine D-Karte kann man wegschmeißen, oder? Eine D-Karte. ...die seine Mana direkt wieder aufs Maximal setzen. Ja, Refresher. Nein, das ist ein Refresher. Eine D-Karte, ja. Oder was meinst du jetzt für Tränke? Alter, das ist voll mies. Manchmal ist es so, dass wenn du die Karten... Ich hab' ich hab' kein MP, verdammte. ...dass die Karte dann trotzdem bei der Karte bleibt und dann hast du davon nur noch eine. Ich brauch' Hafte. Schnell. Der Gegner ist tot. Und ein Fly of F... Es... Oh mein Gott. Mist. Ähm, dann warte ich für mein TF da draus. Denn was meintest du mit Quester? Ich hab' gar nicht geguckt, wieviel XP ich jetzt bekommen hab. Ich guck' ich kam rein und die Unit war hoch. So, mal gucken. Sechs Prozent. Also ich hab' jetzt acht und vier. Eben, eben, eben. Ne, acht. Ja, voll das Genie-Matte. Na, wenn man Fan hat, dann darf das sein. Ja, okay. Ich warte noch mal eben, bis ich löse. Das ist meine MP oder MP oder was auch immer. Also bei mir hat es ein Info-Monster. Zehn, ja. Zehn gegeben. Also zehn ist gut. Das blaue, MP. Ich bin dafür bestellen, danach her mal auf Schaden. Was meinst du? Äh, DMB, was fehlt bei dir? MP, MP oder FP? Ne, gib mir grad'n... Ne, ganz ne. Na egal, ich geb' den Rest später zurück, okay? Hab' man jetzt nicht gesagt. Ja, ich hab' noch welche dabei. Ich brauch' die Null, gar nicht. Du kannst du haben, ich hab' davon über 500 Stück. Du kannst du haben, ich hab' davon über 500 Stück. Okay, dann geht nachher gleich wieder. Ach ja, stimmt. Warte, warte. Oh Gott, ich wollt' so viel machen. Ich hab' noch einen No-String. Ich mein' das ist jetzt nicht die Menge, aber immerhin. Was glaubtest du noch ne Quest-Alter aus? Verdammt, daneben gezogen. So. Du wolltest mich noch baffen, fertig. Du hängst dir gleich auf, du. Ähm. So. Warte, ich baff' noch mal eben alles durch. Schön, ein Nase-Ding, den häng' ich nur gleich. So, warte, ich baff' noch mal eben alles durch. Bei mir brauchst eigentlich nichts buffen. Bringt alles nicht so viel. Bei mir bringt nur, ähm, Mental-Sing was. Müsstest du eigentlich inzwischen haben. Ja, das kann's mir buffen, genau. Level 10 bringt was. Äh, und halt... Hast du doch schon, oder? Wie, warum nicht? Das heißt, das heißt Haste. Boah, ich krieg immer dein blödes Pad, wenn ich da drauf... Ah ne, mein blöde... Nein, mein Pad ist nicht blöd. Du hast doch Haste. Ach ne, du hast Cat-Reflex. Ach so. Ach so. Ach so. Ja, okay, mein Sehla. Tut mir leid. Du kannst bestimmt was mit Haste Level 2 anfangen. Level 2. Ja, ist dein Ernst? Also, damit hab' ich drei... So. Jetzt hat's'n alle durchgebracht, alle zufrieden. Können wir nicht weitermachen. Das passt. Alle glücklich. Perfekt. Alle glücklich. Ich muss auch... Ich weiß nicht genau, wann ich Zeit hab. Aber an sich hat morgen jemand Lust noch mal zu spielen oder so. Mal gucken, ob ich morgen da bin. Ja, wobei, also... Wenn jetzt das noch... Das Event noch ist, dann wär' das sehr blöd, wenn du zum Beispiel PNB das nicht ausnutzen würdest. Hahahaha. 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 Ja, ihr sollt'n doch nicht angreifen. Ich wollte drei holen, damit jeder einen hat. Hahahaha. 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 Du darfst zwei trennen, wenn dir die eine greift. Das ist nicht so schön. Macht ihr zusammen, oder was? Hahahaha. Ja. Äh, äh, F immer noch... Äh, eigentlich musst du nur zwei holen. Der ist schon wieder in der Luft gestorben. Das sieht einfach nur episch aus, ey. Ja, aber nein. Aber unser SF, äh, macht ja eh kein Damage. Naja, ich mach Schaden jetzt. Hahahaha. Hahahaha. Das war... Das war diesmal nicht, ey. Das ist wie ein Giant, den ich so'n cappen wollt. Für mich jetzt. Also, ein übertrieben harter Giant. Ähm. Klaro. Ich hab' ja nix besseres zu tun. Ja. Ja. Ja, und... Irgendwie könnten wir vielleicht nochmal die... Ja, dann bleibt mal stehen. Bleib mal stehen. Ein Viertel des Lebens abgezogen. Ja, wenn... Ja, gut. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Ich weiß. Ach Göttle, warte. Jetzt, jetzt brauch ich mal erst einen Trank jetzt hier. Ich steh' doch schon. Das will ich hören. Das will ich hören. Aber okay, dann bist du immer noch... Bist du immer noch auf miese Eigentlich. Ich bin gleich, glaube ich, ab nach dem Hopier. Nicht mehr, okay. Ich muss eine Frage. Tja. Ne, bin ich nicht mehr. Okay. Ne, davor hatte ich 4% und wenn der Gegner jetzt hier wieder... das Video geht so lang, bis wir keinen Bock mehr haben. Der Kiefer soll ich, äh... jetzt... 8% hin. Wieviel soll das Video eigentlich gehen? 8% hin? Achtung, rennen, rennen! Ja, natürlich. Nein, wir haben hier auch gar keine Chance. Oh Mann, Leute! Nein, ich ne ne, nein, 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 nein. Oh Gott, der Film ist... Nein! 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 und die erste Anfänger siegt ihr Bestand jetzt kann ich bei meinem wieder weitermachen ja ich habe sogar gleich in Taget ich bin vorher bevor wir angefangen haben ok jetzt wenn ich den Gegner töte dann bin ich gerade zu Löwe ab muss mich korrigieren ja ja chill 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 ich bin immer dabei ich baffe ja eigentlich durch drei Tage Wartezeit auch wieder haste und noch mal ja das ist doch schon schöner haha ich habe ihn gleich getötet Glückwunsch Prozent es ist ganz anders und stehen der Schmacht Prozent Juhu Juhu Prozent als Mensch jetzt bei normalen Gegner also Gegner meiner Stimme Prozent Prozent die 6 Prozent also ich ja ich mach auch so porque ja und ja es es ja wir